Norway Today von Igor Bauer-Siemer Die Luft klingt ein wenig nach See You in Another World von Nurse With Wound und nach Stille. Weißes Rauschen. Auftritt Julie. Sie trägt ein T-Shirt mit der Ausschrift juliethome.shirt Hallo, ich bin Julie. Dies sind meine ersten Worte an diesem Ort. Wenn meine Mitteilung deshalb womöglich unpassend ist, bitte ich um Entschuldigung. Meine Nachricht ist nämlich nur für Leute bestimmt, die sich umbringen wollen. Ich bitte deshalb diejenigen, welche nicht die Absicht haben, das Leben sein zu lassen, mir keine weitere Beachtung zu schenken und diesen Chatroom vielleicht kurz mal zu verlassen. Ich werde, und das ist keine plötzliche Entscheidung, bald Selbstmord begehen. Ich hab mir das lange überlegt. Mein Entschluss ist gefasst. Auch wenn sich das für einige vielleicht ein bisschen seltsam anhört, ich möchte es mit jemandem zusammentun. Deshalb hier meine Frage. Möchte jemand mit mir in den Tod gehen? Ihr braucht jetzt nichts zu sagen. Ich verstehe absolut, wenn sich hier keiner öffentlich dazu bekennen will, dass er die Schnauze voll hat von allem. Womöglich sitzt ihr neben eurem Lebensabschnittspartner und der findet es ganz okay, noch eine Weile die Ressourcen der Erde zu plündern und zu warten, bis ihn Krebs oder sonst eine Seuche von der Erdoberfläche kratzt. Aber ich will keine schlechte Stimmung machen hier. Smile. Was ich sagen will ist, da sind ja normalerweise noch viele Bande da zwischen einem, der gehen will, und den anderen. Es gibt nicht viele Leute, die den höchsten Akt des Lebensvollzugs begreifen, also verstehen, was sich selbst aus der Welt schaffen heißt für die Würde eines Menschen. Normalerweise will einer ja so lange leben, bis er merkt, dass alle weg sind und er ganz alleine ist und immer war. Ich meine, einer unter uns hier wird alle anderen überleben. Und das ist todsicher. Aber ich will hier keine Uneinigkeit säen, auch im Gegenteil. Weil, wer das Ganze noch ernst nimmt, der ist ja die Regel. Ich meine, die meisten sind ja in irgendwelchen sinnstiftenden, lebenserhaltenden Hirnkonstrukten gefangen. Emotionale Bindungen, Verantwortungsgefühle, ja? Erfolgswahn, Vermehrungstrieb, Genusssucht und andere reaktionäre Bedürfnisse. Gut. Aber ihr seid ja alle da, weil ihr das Leben sein lassen wollt, früher oder später. Wenn das eben keine Verarschung war, dann sind wir unter uns. Ja, ja, also. Ja, also wie gesagt, alle ernst gemeinten Antworten sind willkommen. Ihr könnt mir natürlich auch eine Mail schicken und wir arrangieren das. Smile. Weil, Leute, das habt ihr vielleicht schon bemerkt, ich passe nicht unter die Menschen, auch nicht unter Lebensmüde. Es ist eine traurige Wahrheit, aber eine Wahrheit, wenn ich mich in Gesellschaft nicht wohl befinde, so geschieht dies weniger, weil andere, als vielmehr, weil ich mich selbst nicht zeige, wie ich es wünsche. Die Notwendigkeit, eine Rolle zu spielen und ein innerer Widerwillen dagegen, macht mir jede Gesellschaft lästig und froh kann ich nur in meiner eigenen Gesellschaft sein, weil ich da ganz wahr sein darf. Das darf man unter Menschen nicht und keiner ist es. Nehmt es mir also nicht übel. Ich tue jetzt einfach so, als wärt ihr nicht da. Auftritt August. Er trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift augustathome.shirt Also, wenn niemand was sagen will jetzt, dann sag ich vielleicht was, weil, also ich heiße August und frag mich bitte nicht nur warum. Ich weiß es nicht. Ich hab damit nichts zu tun. Ich hab mir eigentlich nie vorstellen können, dass ich etwas mit dem Leben zu tun haben könnte. Ganz allgemein. Ich weiß es nicht, ob das anderen auch so geht. Aber das meiste, was abgeht im Leben, ist ja so schräg. Ist so schräg. Ich meine nicht lustig, ich meine nur schräg. Es gibt schon Momente, wenn ich alleine bin zum Beispiel und ich renne so vor mich hin und ich höre meinen Atem und die Schritte und das Blut pocht in den Ohren ziemlich laut. Aber ich renne ja auch nicht immer. Geht ja nicht. Leider. Immer rennen. Das Ziel ist, fast nicht da sein. Also nirgends sein. Überall abwesend sein. Das ist am Leben sein. So, fast ohne meine Anwesenheit, wäre es noch eine Weile auszuhalten. Man sagt ja auch, am Leben sein, also nah dran. Und nicht im Leben. Ich meine, wenn einer voll im Leben steht, da kann ich Gift drauf nehmen, der ist irgendein fakes Arschgesicht. Aber das Ding ist, meistens steht alles still. Und ich stehe still. Und es ist kein Laut zu hören. Nur so ein ungewisser Lärm. Ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, wie gesagt. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich krank. Aber das kann ich mir auch gar nicht anhören. Junge, du bist krank. Ich meine, wenn so eine ganz schräge Erscheinung auf dich zukommt, mit so einem ganz bescheuerten Lächeln und sagt, sie müssen gesund werden, dann werden sie sehen. Da knacke ich weg. Wer sind diese super angeschrägten Leute, die dir sagen können, was du denkst, was ist, ist nicht. Es ist, was wir denken, das ist. Ihr wisst, was ich meine. Ich meine, das nicht ist, was ich denke, das kann ich mir selber denken. Aber woher will irgendjemand wissen, das ist, was er denkt? Ist doch alles diese riesigste Lüge hier. Alles Verstellung. Alle tun so, als wären sie wer. Und sind dabei, wer ganz anderes nicht. Wie will dann einer wissen, was ist? Nichts ist. Das echteste Gefühl, das ich haben kann, ist das Gefühl des Nichts. Wenn ich diesen Stuhl hier nehme, zum Beispiel, und mit ihm hochfahre, so, dann tut er das. Gut, er fährt hoch, aber trotzdem schwebt so eine merkwürdige Ungewissheit mit. Ich weiß nicht, ist er echt hochgefahren oder hat er nur so getan? Ist überhaupt echt echt? Wenn ich ihn dann runterlasse, dann fährt er vielleicht... Doch, er fährt runter. Wobei, und das ist mein Punkt, wobei er vermutlich nur so tut, als ob er runterfährt, um zu beruhigen. Alles Fake. Ich meine, das sieht ja einer überall, das Nichts. Also in diesem Chatroom hier gibt's ab und zu einen, der sagt ein bisschen was dagegen an, umsonst. Aber die meisten User chillen ja immer draußen als Observer rum und beißen sich ab und zu in die Fersen, um sich einen Hauch von Lebendigkeit vorzuspielen. Weil zum Abtreten sind dann doch die meisten zu feige. Lieber noch eine Runde ausharren. Vielleicht geschieht noch was Echtes. Hier geschieht nichts Echtes. Ich meine, stellt euch vor, wir würden jetzt mit der Julie gehen. Alle. Das wäre vielleicht Echt. Wir würden uns alle die Pulsadern aufschneiden. Gegenseitig. Ich meine, ihr seid ja auch alle hier, weil ihr genug habt von allem. Das ist ein Potenzial. Das wäre doch mal ein Anfang. Das könnte Schule machen. Es war höchste Zeit, dass sich jemand auditeer. Dass Julie sagt, ich gehe, finde ich gut. Danke. Ich sag das nicht einfach so. Klar. Ist ein Lebenszeichen. Okay. War das ironisch? Was? Lebenszeichen. Nein. Ja. Nein. Ich meine nur, dass hier nichts los wäre sonst. Ja. Kann sein. Es ist ja nicht mal klar, wer überhaupt hier ist. Wirklich. Bei der Stille. Wenn plötzlich jemand sagt, jetzt gehe ich, kann ich mir zumindest vorstellen, dass da eben noch wer war. Users come, users go. Ich bin ja noch da. Ja. Und du offenbar auch. Ja, ja. Du willst also sterben. Ich werde sterben. Ja. Habe ich auch vor. Ja? Ja. Du meinst bald? Ja. Im Ernst? Wie? Ich meine wirklich. Wirklich? Die Verbindung abbrechen, meine ich. Die Verbindung? Zum Leben und so. Ja klar. Wie gesagt, da gibt es bei mir gar nicht viel zum Abbrechen. Ja. Aus so einem Fake wie hier dreht dich easy ab. Schon heute Abend, wenn es sein muss. Aber hier ist ja nicht richtig. Ich meine richtig weg. Ja klar. Weg, weg. Nicht auslocken oder einpennen oder sowas. Genau. Habe ich vor. Bist du krank oder so? Nein. Doch. Weiß nicht. Sag ich doch. Ich bin nicht krank. Ach so. Ja. Naja. Ja hör mal, ich will hier nicht ewig Show chatten. Ich habe es wie gesagt eilig. Sag mal, wie siehst du denn aus? Wie, wie sehe ich aus? Sag mal, wie du aussiehst. Wie Natalie Wood. Wie Natalie Wood vor dem Ertrinken. Wer ist Natalie Wood? Eine Schauspielerin. Sie ist ertrunken. Ach so. Beschreib mal, wie die aussah. Dunkle Haare. Das mag ich. 90% der Menschheit hat dunkle Haare. Ja, ja. Das mag ich. Die Wood vor dem Ertrinken, das ist ein psychischer Zustand. Sie war in, denn sie wissen nicht, was sie tun. Außerdem weiß keiner nichts und schon gar nicht, wie die damals aussah vor dem Ertrinken. Und wenn es doch einer weiß, dann hat er ihr dabei geholfen und ich kann hier behaupten, was ich will. Natalie Wood ist ein verdammter Star und ihr Tod ein Rätsel. Ich bin sicher, die sah gut aus vor dem Ertrinken. Ich stelle mir vor, die hatte ein Scheißleben, so als Schauspielerin. Alles immer der totale Fake. Falsche Wände, falsche Böden, falsche Leute. Nichts ist echt und ständig sagt ihr wer, was du zu tun hast. Das hält doch keiner aus. Da bleibt dir doch die Luft weg. Ich glaube, als sie begriffen hat, dass sie gleich erdrinkt, der hat die echt aufgeatmet. So als Schauspielerin. Ich meine. Nein, im Ernst. Das hat was Befreiendes. Ja. Ja. Ertrinken möchte ich aber nicht unbedingt. Nee, muss nicht sein. Wie willst du es denn machen? Zu zweit. Aber wie? Kann ich hier nicht sagen. Erst im Fall das. Hier sind bestimmt irgendwelche Gutmenschen, die nichts lieber tun, als irgendwen oder irgendwas retten. Alles, was ich sagen kann, ist, dass es eine todsichere Sache ist. One-Way-Ticket. Dann nimm mich mit. Wie alt bist du? Ist doch egal, nein? Ja. Eben. Also, wie alt? 19. Vergiss es. Was denn? Ich will keinen Anfänger mit reinziehen. Ich bin kein Anfänger. Hast du dich schon mal umgebracht? Ich meine, hast du es schon versucht? Nein. Ja, klar. Und? Und hat auch nicht geklappt. Also doch Anfänger. Moment. Du lebst doch auch noch. Ja, ich hab's auch nicht versucht. Ich versuch's auch nicht. Ich tue's. Leute, die so ein wenig versuchen und auf Mitleid machen nachher, ist echt nichts für mich. Moment. Ich hab ehrliche Versuche unternommen. Ich hab ne Narbe im Gesicht. Ich bin aus dem Bett gefallen, kurz nach der Geburt. Ich hab mich runtergestützt. War mein erster Reflex. Seit ich denken kann, denke ich daran, mich umzubringen. Im Ernst. Ich wollte mit dem Motorrad in einen Brückenpfeiler rasen, zum Beispiel. Damit's nach einem Augenfall aussieht und sich keiner ein Gewissen macht. Und? Und was? Was war mit dem Pfeiler? Das war Theorie. Das war eine Variante. Reiß mich. Ich hab eh keinen Führerschein. Das hier ist echt. Ja. Ich weiß. Ich hör das raus bei dir. Was? Dass das echt ist. Echt? Echt. Hallo. Ja. Hast du ein Bild von dir? Ein Bild? Wie ein Bild? Ein Bild zum Anschauen? Ja. Zeig mal. Das bist du. Ja. Das hab ich befürchtet. Was? Dass du gut aussiehst. Wie? Der totale Schwarm. So ein Quatsch. Zeig mal eins von dir. Da. Echt? Was? Sieht ganz okay aus. Oh. Danke. Ich möchte mit dir kommen. Moment. Ich hab ne Frage. Wenn du sie richtig beantwortest, überleg ich's mir. Ist das dein Ernst jetzt? Ich kenn dich doch nicht. Vielleicht bist du irgend so ein Perverser. Ja. Smile. Bist du so einer? Nein. Smile. Gut. Wenn ihr da draußen mitraten wollt, könnt ihr das natürlich tun. Also? Bereit? Vernunft? Was ist das? Was? Ja. Ja? Das ist die Frage. Lass dir Zeit. Vernunft? Was ist Vernunft? Vernunft ist krank. Weiß doch jeder. Ist das alles? Weiß nicht. Weiß sonst einer was? Keine Ahnung. Ja? Nein? Vernunft? Ja. Ich weiß nicht. Ist für jeden was anderes. Also, zum Beispiel finde ich es vernünftig, mich umzubringen. Und ein anderer nicht. Da war doch dieser Philosoph. Der hat sich also nicht umgebracht, zum Beispiel. Aber der hat herausgefunden, dass wir Augen haben, um nichts zu sehen und Ohren, um nichts zu hören. Wie hieß der nochmal? Also, der sagt, dass sich die Vernunft aus diese Augen, die nicht sehen und diese Ohren, die nicht hören, verlässt. Und deshalb sei Vernunft ein unvernünftiges Konzept. Ist relativ weltberühmt. Das war ungefähr einer der größten. Keine Ahnung. Der hieß irgendwie. Wenn du willst, nehme ich dich mit. Was ist? Ja? Ja? Du machst mit? Wir tun es zusammen? Ja. Nein, ich meine, ich will es wissen. Ja. Das habe ich nicht erwartet. So schnell. Das ist dein Ernst. Ja. Das ist dein totaler Ernst. No Bullshit. Klar. Das ist dein Ernst. Scheiß fucking toad ernst. Bin ich jetzt glücklich oder sowas? Ich weiß das doch nicht. Ich bin vermutlich gerade glücklich. Jetzt. Du musst mir was versprechen. Was denn? Du musst versprechen, dass du niemandem erzählst davon. Was wir tun werden, das darfst du nicht erzählen. Deine Eltern nicht. Deinen Freunden nicht. Deiner Freundin nicht. Niemandem. Wir gehen weg und wir sagen niemandem wohin. Absolut niemandem. Nein. Schwör es. Schwöre, dass du niemandem was sagst. Klar. Sag, ich schwöre, dass ich nichts sagen werde. Ich schwöre, dass ich nichts sagen werde. Auf das ich ewig im Leben schmore, wenn ich den Mund nicht halten kann. Auf das ich ewig im Leben schmore, wenn ich den Mund nicht halten kann. Lang lebe der Tod. Lang lebe der Tod. Amen. Amen. Wir brauchen ein Zelt. Ein Zelt? Und was zu essen. Essen. Bier. Soll ich belegte Brötchen machen? Und warme Kleider brauchen wir auch. Nachts ist Minus, ich weiß nicht. Sehr wenig jedenfalls. Wohin gehen wir denn? In den Schnee. Erfrieren. Track me down. Wenn du auf meine Homepage kommst, wartest du eine Weile, ob dir niemand gefolgt ist. Dann hole ich dich ab. Smile. Leute. Smile. Szenenwechsel zu Wouldn't it be nice? Von den Beach Boys. Es ist Tag, es schneit ununterbrochen und die Bühne bricht gegen hinten ins Nichts ab. Der Rand der Welt. Mit schweren Rucksäcken beladen, kommen die beiden auf dem Plateau an. Sie bleiben lange stehen und betrachten das diffuse weiße Panorama. Schließlich legen sie ihr Gepäck in den Schnee. August wagt sich ein paar Schritte vorher in Richtung Abgrund, rutscht aus, fällt hin und kommt wieder zurück. Das rutscht. Das ist schön hier. Findest du? Dieser Fluss. Das ist ein Fjord. Er ist riesig. Woher kommt all das Wasser? Was? Das ist ein Fjord. Das ist Meerwasser. Das ist das Meer. Trotzdem. Ist was? Was? Was ist? Was soll sein? Du sagst nichts. Irgendwas ist. Nein. Ich sag, hier ist schön und du sagst nichts. Irgendwas ist. Ach. Du kannst mir noch sagen, was ist. Es ist nichts. Hast du Angst oder so? Was? Ich weiß nicht. Kann ja sein. Wo führt der hin, der Fjord? Führt der irgendwo hin? Ich finde es schön hier. Kannst du nicht mal schweigen einfach? Warum? Weil du nichts sagst. Die ganze Zeit. Ich sag, es ist schön hier. Das ist nichts. Das ist nichts. Ach. Wie lange willst du denn schweigen? Ewig. Ich will ewig schweigen. Jetzt schon? Jetzt auch. Ewig? Ja. Ich glaube, dazu ist mir zu kalt. In der Kälte kannst du nicht ewig schweigen. Nicht lange jedenfalls. Du bist ein kleiner Witzbold eigentlich, was? Wie? Warst du eigentlich der Klassenclown früher? August, der Komiker? Nein. Dann holst du das jetzt nach. Noch schnell. Du bist richtig unangenehm. Heißt du wirklich, August? Wie heißt du wirklich? August. Das ist nicht dein richtiger Name. Doch. Hab ich gekriegt. Zum Geburtstag. Du hast dich im Chatroom August genannt, weil ich Julie heiße. Julie? Ist mir gar nicht aufgefallen. Nein, echt nicht. Super blöd. Julie. Ein bisschen kalt bist du für Juli. Ist ja gut. Jedenfalls glaube ich dir deinen Namen nicht. Nie. Sag mal. Warum wolltest du es eigentlich nicht alleine tun? Im Taxi hast du kein Wort gesagt. Und vorher auch nicht. Ich weiß nicht. Ich muss nicht immer reden. Verstehst du das? Oder verstehst du das nicht? Doch, das verstehe ich. Ich muss auch nicht immer reden. Bloß jetzt habe ich gerade Lust dazu. Ich habe das Gefühl, irgendwas ist. Warum sagst du mir nicht, was ist? Was ist? Wir stehen hier am Rande des Abgrunds. Da ist der Abgrund. Da ist das Hinterland. Da leben kleine Menschen und machen sich Gedanken. Da ist die Mitte. Da ist der Rand. Dann kommt lange nichts. Und dann kommt das Meer. Da sind Fische drin und die haben Hunger. Das ist. Wenn du willst, können wir auch schweigen. Es gibt nichts Besseres, als mit jemandem zu schweigen. Außer alleine zu schweigen, vielleicht. Ich meine, ich hätte mich auch alleine umgebracht. Aber was du gesagt hast, dass du nicht unter die Menschen passt, dass du mit dir alleine, du selbst sein kannst, das hat mir gefallen. Genauso geht es mir auch. Du hast keinem was gesagt, dass wir hier sind? Nein. Warum? Ich will nur sicher sein. Weiß doch eh keiner, wo das ist hier. Ich habe gesagt, ich gehe zu einem Freund wohnen für zwei Tage. Mich suchen die erst übermorgen. Aber sicher nicht hier. Und du? Mich sucht keiner. Ich weiß nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass dich einer sucht. Was soll das denn? Naja, schau dich doch an. Ist doch nicht abwegig. Ich kann mir eigentlich absolut nicht vorstellen, dass sich keiner sucht. Sowas wie dich suchen doch ständig Tausende. Zehntausende. Suchen die? Echt? Nein, im Ernst. Millionen suchen sowas. Sowas Trauriges, leicht Verdorbenes. Ich kann da fast nicht runterschauen. Dann schau nicht hin. Ich glaube immer, ich springe gleich runter. An so einem Ort. Seit immer schon. Hast du das auch? Ja. Aber so hoch war ich noch nie. 600 Meter. Ich habe nachgeschaut im Netz. Die durchschnittliche Geschwindigkeit eines begleiteten Menschen im freien Fall ist zwischen 190 und 205 kmh. Das sind also ungefähr 55 Meter pro Sekunde. Das macht dann 600. Also zusammen mit der Beschleunigungsphase sind das etwa 10 Sekunden Fallzeit. So ungefähr. Du hast ja schon ausgerechnet, was? Was machst du in den 10 Sekunden? Fallen. Ach. Und tot sein. Das ist alles? 10 Sekunden tot sein. Ja. Ich lasse mich einfach gehen und es gibt nichts mehr. Alles ist da, aber es gibt nichts mehr. Es gibt kein einziges Ding, kein einziges Ereignis auf dieser Welt. Nichts, was mich irgendetwas angeht. Du hast alles abgegeben. Deine Trauer, deine Freude, deinen Hass, deine Liebe, deinen miesen Charakter, die Verantwortung für dein Altpapier. Einfach alles. Es lässt dich völlig kalt. Unser Kontinent produziert 40 Millionen Tonnen Scheiße pro Tag und es ist absolut nicht dein Problem. Jeder Gedanke ist überflüssig. Jede Tat unmöglich. Du hast alles hinter dir. Du hast keine Verpflichtung. Du brauchst nicht mal mehr zu atmen. Du bist absolut frei, nichts zu tun. Die absolute, unendliche Freiheit. Du bist Gott und Gott tut nichts. Du nimmst alles wahr für ein paar Sekunden, aber es gibt kein Zurück, kein Für und Wieder. Und dann bist du weg. Und dein Gedächtnis. Was machst du mit deinem Gedächtnis? Du kannst doch nicht einfach alles vergessen. Doch. Du musst mit allem abschließen vorher. Abschließen? Ja. Du musst dich auf den Moment konzentrieren. Den Moment, ja? Außer du willst sterben, ohne es zu merken. Aber ein Leben lang auf einen Moment hinleben und ihn dann verpassen, das ist so ziemlich das Blödeste, was ich mir vorstellen kann. Ich hab immer gehofft, dass ich den kurzen Moment von dem Leben nicht verpasse, wenn er sich mal einstellt. Das ist dasselbe. August zählt auf 10. Ich dachte erst, beim Fallen würde ich nur eines denken. Das ist es. 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 Ich dachte, das wird mein letzter Gedanke sein. Das und ist und es. Ein völlig leerer Gedanke. Er heißt überhaupt nichts. Er ist völlig leer und irgendwie passend. Aber bei 10 Sekunden fürchte ich, dass es nicht ausreichen wird und kurz vor dem Aufprall werde ich noch schnell irgendwas Unnötiges und Unpassendes denken wie, du denkst, das ist es, weil du es dir vorgenommen hast und dabei hat dir dein Vater damals das Zitroneneis gekauft, im Lunapark, als du vier warst. Bumm. Zitroneneis? Hab ich gerade erfunden. Dein Vater hat dir kein Zitroneneis gekauft. Doch. Weiß nicht. Doch bestimmt. Ich werde bestimmt nicht während 10 Sekunden das ist es denken. Nie. Jetzt werde ich bestimmt noch eine zehntel Sekunde an Zitroneneis verschwenden. Nicht mal die einmaligste und lebendigste Situation meines Lebens werde ich ohne Konzentrationsschwäche überstehen. Ich kann auf Dauer nichts ernst nehmen. Wenn du nichts ernst nimmst, musst du ständig lügen. Ja. Alle lügen. Alles. Auch das ist es klingt wie eine Lüge, je länger ich darüber nachdenke. Also brauche ich mich auf nichts zu konzentrieren länger. Das einzige, was Bestand hat, ist Langeweile. Die kann ich ernst nehmen. Die Langeweile. Ich kann keine Langeweile ausstehen. Ist aber ernst zu nehmen. Sie ist überall. Das ganze Universum langweilt sich zu Tode. Alles wird langsamer. Die DJs, die Musik, die Autos, die Planeten, die Elementarteilchen. Alles chillt. Der totale Chill-Out. Eines Tages wird der Mond auf die Erde stürzen. Habe ich mal gehört. Wegen der Gravitation. Weil die Erde saugt und der Mond seinen Schwung verliert. Mein Vater hat auch schon keinen Schwung mehr. Er dreht sich um meine Mutter. Alles saugt. Das Universum saugt und zersetzt sich und wird gleichförmig und langweilig und kalt und tot. Chill-Out. Das habe ich mal gelesen irgendwo. Der Big Bang war ein Schlag an die Stirn der Dummheit. Das Universum wurde aus der Erkenntnis der eigenen Unzulänglichkeit herausgeboren. Habe ich mir gemerkt. Ich weiß nicht, was es heißt, wirklich. Aber es trifft die Sache ziemlich gut. Im Ton. Ich meine, 10 Sekunden fallen ist zu lang, damit sie sich nicht einstellt, die Langeweile. Auch wenn dich nichts mehr was angeht, blitzen in deinen Hirn Erinnerungen auf an irgendwelche sinnlosen Dinge und Ereignisse. Und du erinnerst dich an einen kühlen Nachmittag beim See und die Sonne auf dem Moos und den Geruch im Ferienhaus und wie du Zahnschmerzen hattest und dass das Kind mit den epileptischen Anfällen und dein Fahrrad im Keller und die Rolltreppe, auf der du zum ersten Mal geküsst hast und du begreifst, wie blöd du warst und verlogen und klein und mies, wie du mit all dem und dem ganzen Rest nicht wirklich etwas angefangen hast. Und es überkommt dich die längste aller Langeweilen. Es ist eine Ewigkeit, 10 Sekunden. Ich frage mich, ob wir nicht von weiter unten springen sollten. Hast du eine Freundin? Nein. Das wundert mich nicht. Im Ernst? Ich kriege Depressionen, wenn ich dir länger zuhöre. Bist du ja nicht depressiv sowieso? Nein. Nein. Was? Du bist nicht depressiv. Nein. Was bist du denn? Normal. Ich bin glücklich. Du spielst mir jetzt da was vor oder sowas. Nein. Das verstehe ich nicht. Ich neige zum Glücklichsein. Ja, schon. Das ist normal. Sag ich doch. Ich meine, die Neigung ist normal. Aber nicht für Selbstmörder. Die neigen sich doch eher über Abgründe und so. Und Angst und Entsetzen. Ja. Verstehe ich nicht. Depressiv sein lohnt nicht. Es ist dumm. Es bremst. Und es ist nicht lustig. Es bringt überhaupt rein gar nichts. Absolut überhaupt nichts. Auch einem Selbstmörder bringt es überhaupt nichts. Depressive Selbstmörder sind Waschlappen. Aber warum bringst du dich dann um? Bist du völlig blöd oder was? Was denn? Was löcherst du mich hier so? Ich hab dir doch gesagt, dass ich bedient bin. Ich bin bedient. Ich hab gehabt. Ich bin satt. Es reicht. Ich fang nicht nochmal von vorne an. Du musst ja nicht so schreien. Du wächst vielleicht irgendwelche Tiere aus im Winterschlaf. Gibt's hier eigentlich Beeren? Ja. Scheiße. Du hast mir noch immer nicht gesagt, warum du es nicht alleine tun wolltest. Weil im Aufwand-Nutzen-Vergleich rechnet sich's nicht. Es muss sich lohnen. Ich will, dass sich mein Leben erfüllt. Richtig bis zum Ende. Alleine leben ist pathetisch. Alleine sterben auch. Ich will nicht jemalig in eine Ecke verkommen. Und dann? Ich würde es vielleicht nie tun alleine. Wie meinst du das? Lohnen? Ich will was haben davon. Ich will wissen, wie einer ist, der gleich stirbt. Ich hab im Fernsehen gesehen, wie sie Leute erschießen. In Zeitlupe und so. Aber Fernsehen ist fake. Und in Zeitlupe siehst du nicht mehr. Du siehst bloß mehr, dass du nichts siehst. Du willst sehen, wie einer stirbt? Ja. Also, wie ich sterbe? Ja. Du bist völlig durchgeknallt. Nein, ich meine, das ist doch krank. Du bist ganz schön hinüber. Ach. Nimmst du Drogen oder sowas? Du durchquerst halb Europa, um hier mit mir rumzustehen. In diesem Weiß. Und dir geht's gut, ja? Schau dich doch an. Findest du dich normal? Ich weiß wenigstens, was ich tue. Weißt du, was du tust? Wo du bist? Warum du bist? Wo du bist? Keine Ahnung. Du bist am Rand des Abgrundes. Du bist am anderen Ende eines nicht gelebten Lebens angekommen, Junge. Vielleicht bin ich ja gar nicht hier, um mich umzubringen, Mädchen. Was weiß ich, warum du hier bist? Ja, was weißt du, warum ich hier bin? Du machst jetzt einen auf geheimnisvoll, ja? Was ist, wenn ich dir sage, dass ich's nicht tun werde? Einfach, weil ich's nie tun wollte. Weil ich bloß aus Neugier gekommen bin. Weißt du, warum das nicht wahr ist? Weil du die Hose voll hast. Du hast gezittert, im Taxi eben gerade. Ich hab gedacht, du verrätst uns. Der Fahrer hat ständig runtergeschaut auf deine Hände. Ich hab's gesehen. Du hast Angst. Mir war kalt. Mir ist immer noch kalt. Und seit ich hier mit dir rumstehe und dir zuhöre, ist mir noch kälter. Du hast Angst. Ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, wer du bist oder was. Das ist wirklich egal. Ich unterscheide mich durch überhaupt rein gar nichts von allen anderen Mädchen, die du kennst. Du darfst in mich rein projizieren, was du willst. Ich hab auch ein paar Schminksachen dabei, damit's dir leichter fällt. In dich rein projizieren? Ja. Stell dir vor, ich sei deine Mutter oder sowas. Was weiß ich, was du dir für einen Knacks hast. Du bist völlig bescheuert. Was mach ich hier? Du machst schlapp. Wir sind gerade erst angekommen. Das ist kein Picknick. Ich bezahl dir nicht deinen Flug und du machst schlapp. Ich mach nicht schlapp, verdammt. Ich kenn dich nicht. Das ist egal. Wir wollen dasselbe. Wir wollen uns hier umbringen. Das zählt doch. Ich trau dir nicht. Ich glaub's dir nicht. Ich verstehe dich nicht. Du bist nicht mal depressiv, verdammt. Warum willst du dich umbringen? Ich weiß nicht. Du sprichst nicht mit mir. Jedenfalls nicht ehrlich. Sind wir hier in irgendeiner Show oder sowas? Warum sprichst du nicht normal mit mir? Warum verstellst du dich dauernd? Ich verstelle mich doch auch nicht. Wenn ich etwas falsch klinge gerade, dann, weil ich mich dazu zwinge zu reden, damit du bei Laune bleibst. Das ist, was ist. Ja, sagen wir doch, was ist. Finde ich gut. Weil du mich zwingst, dir irgendwelche Gesprächigkeit vorzuspielen. Moment. Du wolltest jemanden mitnehmen. Du wolltest nicht alleine herkommen. Du wolltest sehen, wie einer aussieht im Angesicht des Todes. Und da hast du's. So sieht einer aus, der sterben wird. Er redet eben. Scheiße. Er redet scheiße? Ja, das auch. Vielleicht. Im Angesicht des Todes? Woher nimmst du sowas Blödes? Holst du jetzt los, oder was? Nein. Du flennst. Nein. Er flennt, Leute. Was für Leute? Ist so ein Ausdruck. Er flennt, Leute. Kenn ich nicht. Na bitte. Kannst du auf deine alten Tage noch was lernen? Was bedeutet er denn, der Ausdruck? Ich bin erstaunt, dass du flennst. Ich flenne nicht. Ich meine den Ausdruck. Mein Ausdruck? Er flennt, Leute. Was redest du da? Ich schau mich hier nur rum. Verdammt. Ich flenne nicht. Ich schau nur auf den verdammten Fluss. Auf das Wasser und das Eis. Und flenst. Na und? Ist doch kein Verbrechen, oder? Nein. Nein. Du hast aber behauptet, dass du nicht flennst. Weil, weil, scheiße. Ich behaupte hier, was ich will. Ich bin hier niemandem Rechenschaft schuldig. Ich kann hier reden, was ich will. Wenn ich schon abtreten soll, dann kann ich mich auch benehmen, wie ich will. Ich kann hier die Sau rauslassen, wie ich will und mir auch sonst alle Erleichterungen der Welt verschaffen und alles sagen, was ich noch nie gesagt habe. Scheiße. Das hast du schon gesagt. Ich lach mich tot, echt. Warte mal. Du hast gesagt, wenn ich schon abtreten soll. Ja, und? Das klingt total merkwürdig. Ja? Ja, als ob du es nicht mehr wolltest. Was? Abtreten. Ich will gar nichts mehr. Moment mal. Abtreten, das musst du wollen. Ja, scheiß drauf. Ich will auch nicht mehr wissen, was ich will. Dann will ich es eben. War nur so ein Gefühl. Ich will auch kein Gefühl. Wir haben eine Abmachung. Ja, ich weiß. Ich muss nur sicher sein. Wir haben eine Abmachung. Ja. Was ist unsere Abmachung? Es gibt kein Zurück. Und wenn einer nicht mehr will? Ja, ich weiß. Na also. Und ich sag hier trotzdem, was ich will. Und ich tue auch, was ich will. August tut kurz mal, was er will. Was tust du? Ich tue, was ich will. Julie wagt sich langsam zur Felskante vor. Komm mal her. Wozu? Komm mal her. Wozu? Dir das anschauen. Ich will nichts sehen gerade. Hast du Angst? Nein. Dann komm her. Ich komm nicht her. Es rutscht. Dort, wo du bist, rutscht es. Ist eine Mutprobe? Ich brauche keine Mutprobe jetzt. Ich kann nicht runterschauen, wenn mich keiner hält. Verdammt. Da geht es sehr weit runter und ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich da runterschaue. Ich dachte, du warst schon mal da mit deinen Eltern. Da war ich noch klein. Und da hast du nicht runtergeschaut. Doch. Aber der Vater hat mich gehalten. Der ist jetzt nicht da. Nein. Der ist jetzt nicht da. Was ist? Kommst du? August wagt sich langsam vor und kriecht auf allen Vieren zu Julie. Sie kriechen in Richtung Kante. Aber kein Scheiß, okay? Du brauchst ja nicht runterschauen. Halt mich fest an den Füßen. Kant. Kant heißt er. Wer? Der Philosoph. Welcher Philosoph? Der mit den Augen und den Ohren. Der gesagt hat, dass sie nichts taugen. Du lenkst ab. Szenenwechsel. Eine Felswand türmt sich vor uns auf. Weit oben der weiße Himmel. Oben am Felsrand erscheint der Kopf von Julie. August. Off. Was ist? Was siehst du? Sag schon. Was ist? Wie sieht's aus? Was denn? Was du siehst. Schau doch selber. Was denn? Kannst du nicht sagen, was du siehst? Weiß nicht. Nein. Was siehst du? Ich weiß nicht, was du hören willst. Ich sehe den Arsch von Neuseeland. Was meinst du, was ich sehe? Ich sehe nichts. Einen verdammten, bodenlosen Abgrund sehe ich. Und ganz unten? Was ist da? Da unten ist's dunkel. Könnte irgendwas sein. Weiß nicht. Vermutlich die Hölle oder so. Du meinst, du siehst den Boden nicht? Nein, da schaut was raus. Etwas weiter unten schaut was raus. Da müssen wir drüber weg. Wir müssen weit springen. Da schaut was raus? Ja. Wie weit raus denn? Ein ganzes Stück. Da müssen wir drüber hinweg. Und wenn wir da aufschlagen? Das reicht nicht. Weiß nicht. Nein. Vielleicht reißt dir da was weg und du fällst weiter. Und dein Arm hängt da und winkt dir noch ein wenig nach. Und du siehst den Boden nicht? Och, schau doch selbst. Ich dreh durch. Der Kopf von August erscheint. Ich kann da nicht runterschauen. Dann schau nicht runter. Mir dreht sich alles. Dann schau weg. Scheiße. Was? Warum tun wir das? Irgendwas musst du doch tun. Ja. Meinst du, das haben hier schon andere gemacht? Vor uns? Da kannst du Gift drauf nehmen. Warum meinst du? Du glaubst doch nicht, dass wir da gerade was erfinden oder so. Nein. Du kannst absolut sicher sein, dass das schon mal da war. So oder ein wenig anders, aber grundsätzlich ziemlich gleich. Ich meine in der Form. So zu zweit und so. Zu zweit, alleine, wie die Lemminge. Gab's alles schon. Aber das ist doch jetzt völlig egal. Ich mach das für mich. Ich mach das hier nicht für die anderen. Ich mach hier keine Show oder sowas. Nein. Und ich hab das noch nie gemacht. Ich hab mich noch nie umgebracht. Nein. Das Zelt. Das ist absolut einmalig. Das hebt das Ganze über alle schon mal Dagewesene hinaus. Ich hab das noch nie gemacht. Und es wird langsam Zeit. Wie? Jetzt? Ja. Moment, jetzt? Ja. Aber. Was? Aber ich. Was? Du. Ich. Wir haben noch das ganze Zeug mit. Und das Essen und das Zelt und so. Ja und? Ja. Und ich dachte, wir schlafen erst nochmal drüber. Wir schlafen drüber? Ja. Du meinst, du wolltest dir das nochmal überlegen? Nein, nein. Nein. Das wollte ich nicht. Na also. Aber, also warte mal. Jetzt gleich. Das ist doch... Ich wollte noch was schreiben und... Los. Moment. Los, wir stehen auf. Julie steht auf. Los, mach schon. Nein. Moment. Ich kann nicht aufstehen. Ich falle gleich runter hier. Das ist die Idee. Los. Warte. Warte. Das... Lass mich. Los, komm. Ich will das jetzt hinter mich bringen. Ich will jetzt da runter. Los. Moment. Ich will noch... Was? Ich wollte... Drüber schlafen, ja? Nein, ja. Schlafen kannst du, wenn du tot bist, noch genug. Los, wir springen. Nein. Los. Lass mich. Julie greift nach Augusts Hand. Es kommt zum Kampf. Die beiden ringen miteinander. Während des Kampfes fallen beide mehrere Male beinahe runter. Lass das. Feigling. Lass das. Du lässt mich jetzt los. Nein. Lass los. Wir haben eine Abmachung. Lass los, verdammt. Wir fallen runter. Ja. Das war nicht so abgemacht. Das war so abgemacht. Lass mich los. Wenn du nicht springst, helfe ich dir. Lass los. Nein. Wenn ich da runterfalle, hängst du für Mord. Ich spring dir nach, du Depp. Ich will nicht. Was? Ich will nicht. Du kommst mit. Wenn du nicht aufhörst. Was? Was? Ich bring dich um, verdammt. Super. Julie stolpert und fällt. Sie kann sich gerade noch mit einer Hand an der überhängten Felskante festhalten. Sie baumelt über dem Abgrund. Ich komm nicht hoch. Hilf mir. Du bist, du bist doch voll krank. Ich hätte da runterfallen können. Ja und? War doch lustig. Hilf mir doch. Warte mal. Ich hab ein Lied für dich dabei. Hilf mir. Verdammt. Ich, es tut mir leid. Ich war blöd eben. Moment. Komm mit gleich. Ich hab nur Spaß gemacht. Ich hätte dich da nie runtergeworfen. Echt. Hilf mir, verdammt. Stell dir vor, ich fall da runter. Verdammt. Was machst du dann? Ich kann mich nicht mehr halten. Hilfe. Verdammt. August kommt mit einem Ghetto-Blaster wieder vor und versucht ihn anzumachen. Hör mal. Kennst du das? Ist eine Scheibe von meinem Bruder. Hilf mir hoch, du Freak. Sch. Warte. Wie geht das Ding los? Wenn du mir nicht hochhilfst, fall ich runter. Und? Und? Du hast mich auf dem Gewissen. Das willst du doch nicht. Geht nicht, das Ding. Hilfe. Wie lange sind wir eigentlich gefahren mit dem Taxi? Hilf mir. Meinst du, es kann uns jemand hören? Nein. Nein, es kann uns niemand hören. 40 Kilometer weit hört uns niemand. Hilf mir doch. Du könntest hier rumschreien, wie du wolltest. Es würde dich niemand hören. Genau. Mach mal. Was? Schrei mal. Hilf mir. Lauter. Hilf mir. Schrei doch selber, du Freak. Ich hab gerade keinen Grund dafür. Ich hab auch keinen Grund. Nein. Nein. Ich würde mich ein wenig fürchten an deiner Stelle. Warum? Weil du mich nicht kennst. Ja und? Und weil du nicht weißt, wer ich bin. Ich bin vielleicht völlig übergeschnappt. Das Lied geht etwa so. Tum, 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 tum. Huh. Böser, böser Onkel. Sag mir, was ich davon habe, wenn ich dich nicht fallen lasse. Was hab ich davon, wenn ich es nicht tue? Weiß nicht. Zieh mich hoch. Ich kann nicht mehr. Was hab ich davon? Hilf mir hoch, verdammt. Was hab ich davon? Was du willst. Was ich will? Ja. Und wenn ich nichts will? Wenn du nichts willst, kriegst du nicht. Zieh schon. August zieht Julie hoch. Sie setzen sich erschöpft auf die Felskante. Du wolltest mich umbringen. Stimmt doch. Du hast einen Knall, hast du. Du wolltest mich darunter fallen sehen. Sie schauen beide in den Abgrund. Julie greift langsam nach Augusts Hand. Ich wollte... Fick dich. Fick dich selber. Fuck you, echt. Was du nicht sagst. Du wolltest mich verdammt umbringen da. Abgefahren das. Mindestens umbringen wolltest du mich. Zum Tod lachen. Ich krieg bestimmt Pickel. Von so nem Schock. Pickel? Du denkst an Pickel? Jetzt? Ja. Das ist unglaublich. Ich kann nichts dafür. Ich denke immer nur Blödsinn. Er denkt an Pickel. Zu wem sprichst du? Julie steht auf. Wir sollten das Zelt aufbauen. Es wird dunkel. Bald. Eine halbe Stunde noch, dann ist es wieder dunkel hier. Ist immer dunkel hier im Winter. Szenenwechsel. Gleiches Bild wie zuvor. Es ist aber dunkel. Vor uns ein schwach beleuchtetes Zelt. Davor steht August und blickt in den Himmel. Da war eben was am Himmel. Was? Da war ein Licht am Himmel. Julie kommt aus dem Zelt. Wo denn? Überall. Es war richtig hell. Ganz kurz. Ein Licht? Ja. Überall? Ja. Eine Art Erleuchtung? Ja. Ich weiß nicht. Ich war so da gestanden und dann schaue ich hoch, ob ich Sterne sehe. Und da habe ich es gesehen. Plötzlich. Und? Was und? Es war unheimlich. Was hat es dir gesagt, das Licht? Du bist sowas von blöd. Im Ernst? Ja. Es war riesig. Ja dann. Mir ist kalt. Verschwindet wieder im Zelt. Ein großer Lichtschleier flackert über den Nachthimmel. Da, da, da. Da ist es wieder. Es ist riesig. Siehst du es? Da. Julie kommt raus. Ein Polarlicht. Das ist ein Polarlicht. Die Kamera. Julie zurück ins Zelt. Sie kommt mit einer Videokamera wieder heraus und filpt die magische Erscheinung. Moment. Ich hab's. Ich hab's. Ein Polarlicht. Hast du schon mal eins gesehen? Sowas. Nein. Nie. Du bist doch hier aufgewachsen in der Nähe. Du kriegst ja alle 50 Jahre mal ein Polarlicht zu sehen. Also nie eigentlich. Das ist selten. Ist nicht der Ort für Polarlichter. Ich kenne niemanden, der schon eines gesehen hat hier. Ist zu weit südlich. Das Licht verblasst wieder. Es ist weg. Julie schwenkt ihn über auf August. Sag was. Wie groß ist ein Polarlicht? Lass das. Ich meine, wie groß ist es? Es sieht groß aus. Aber wenn es so groß ist, wie es aussieht, das Licht, dann müsste es doch von überall her gesehen werden können. Warum sieht keiner Polarlichter? Du kennst keinen, der je ein Polarlicht gesehen hat und ich auch nicht. Ich meine, die halbe Welt kann den Mond sehen. Gleichzeitig. Und wenn das Polarlicht so groß ist, wie es aussieht, dann müsste es auch die halbe Welt sehen. Oder etwas weniger. Aber doch ziemlich viele Leute, nein? Julie macht die Kamera aus. Du bist süß. Zeig mal. Zeig mal, ob was drauf ist. Vielleicht kann man so ein Licht gar nicht filmen. August spult die Kassette zurück. Vielleicht sind die Polarlichter ganz klein. So eine Art Halluzination, über die du dann mit niemandem sprechen kannst. Vielleicht flimmern die nur vor unseren Gesichtern rum. Wie so eine Art Heimvideo für den Privatgebrauch. August lässt die Kassette laufen. Während die beiden auf den kleinen Kontrollmonitor schauen, geht am Himmel hinter ihnen das gleiche Spektakel nochmal ab. Da ist es. So klein wirkt es irgendwie nicht. Ist trotzdem nicht dasselbe auf Video. Sieht aus wie eine Störung. Irgendwie außerirdisch. Es ist ungefähr das Schönste, was ich gesehen habe seit langem. Stell dir vor, wir wären irgendwelche Höhlenmenschen. Wir hätten ja total die Hose voll, dass irgendwelche Götter an uns an den Kragen wollen. Ja, hatten die Hosen, die Höhlenmenschen. Weiß nicht. Kragen hatten die bestimmt. Ich weiß nicht. Und meinst du, die hatten Götter? Klar. Polarlichter eben. Alle 50 Jahre kam so ein Gott in Form eines Polarlichts vorbei und winkte denen ein wenig zu. Und davon haben die dann 50 Jahre gezehrt. In der Höhle drin. Ja. Das Bild hinter Julie und August schwenkt vom Polarlicht in Richtung August. Wir sehen August nochmal die Worte sagen. Wie groß ist ein Polarlicht? Super. Ich sehe ja völlig blöd aus. Völlig fake. Kamera aus. Nachthimmel. Ich war unmöglich zu dir. Was? Es tut mir leid. Ich war unmöglich zu dir heute. Du darfst nicht glauben, was ich sage. Besonders, wenn ich kurz davor bin, mich umzubringen. In so einem Moment ist niemand ehrlich. Nein. Nein, ich mag dich. Julie küsst August zärtlich auf die Schläfe. Warum hast du das getan? Mir war gerade so. Du hast aber weiche Lippen. Weißt du, du kannst mir vertrauen. Ich mag dich auch. Julie nimmt August die Kamera weg und filmt ihn. Wir sehen die Nahaufnahme von August in der Projektion. Sag das nochmal. Was? Was du eben gesagt hast. Sag das nochmal. Das geht nicht. Du hast was anderes gesagt eben. Ich kann das nicht nochmal sagen. Nie mehr. Gib her. August nimmt die Kamera und filmt Julie. Hör mal. Wir haben nicht mehr lange Zeit. Wir haben noch ungefähr vier belegte Brötchen und zehn Dosen Bier. Jedenfalls die Musik und die Zigaretten reichen eh nicht bis in den Frühling. Und bald ist morgen. Und morgen ist vorbei. Das sollte uns jetzt mal klar werden hier. Es ist also alles egal. Du kannst total unangenehm auffallen. Es ist egal. Du brauchst dich wirklich nicht mehr zurückzuhalten, ja? Das erwartet hier keiner mehr. Du kannst total die Sau rauslassen. Du kannst dir vor diesem ganzen Panorama hier einen runterholen. Und es ist egal. Du kannst alle Sätze der Welt sagen. Du kannst tun, was du willst. Du kannst Worte wiederholen oder auch nicht. Du kannst dich auf den Kopf stellen. Und darum, wenn ich dich bitte, ich meine, wenn ich dich um irgendwas bitte, irgendwas harmloses, dann tu es verdammt nochmal. Oder ich dreh durch. Oder wenn du irgendwie sonst eine Idee hast, was zu tun, dann tu es auch. Weil es macht Spaß, was zu tun. Es macht viel mehr Spaß, als wenn du es nicht tust. Denken ist out. Denken kannst du, wenn du Zeit hast. Und wir haben keine Zeit. Abgemacht? Abgemacht. Ich meine, Zeit haben wir später noch ewig zum Denken. Ja? Ja. Wenn das, was in uns denkt, der Geist ist. Und der Geist ist ewig, wie alle behaupten. Dann haben wir logischerweise ewig Zeit zum Denken. Aber nur sehr wenig Zeit, um was zu tun, im Vergleich. Also. Und wenn du mich um was bittest, tu ich es auch. Ich mag dich, weißt du? Ja. Ich mag dich auch. Moment, gib her. Julie nimmt die Kamera und filmt August. Was hast du gerade gesagt? Weiß nicht. Haben wir was abgemacht gerade eben? Ja. Und? Was? Und hast du was gesagt eben? Los, sag schon. Ich habe keine Lust auf Befehle, was zu sagen. Gut, dann sag was anderes. Was Neues. Schnell. Wir üben das jetzt hier. Komm, locker bleiben. Denken ist out. Sag irgendwas. Emotionen, los. Vertrau deinem Instinkt. Wenn du nicht in drei Sekunden was Emotionales gesagt hast, springe ich. Eins. Zwei. Drei. Heil Hitler. Bist du blöd oder was? Was? Ich will sagen, was ich will. Hast du einen Gummi? Nein. Er hat keinen Gummi. Wozu denn? Mama, er hat keinen Gummi und will mit mir schlafen. Darf er das? Nein, nein, nein. Nein, ich lasse mir kein Kind machen. Ich springe nachher gleich darunter. Keine Angst. Eine Krankheit? Nein, die nehme ich gleich mit. Das überlebt die nicht. Was denn? Nichts. Ist das ein Problem irgendwie? Wie? Dass ich Witze mache. Nein. Ja, dann gehe ich jetzt mal ins Zelt und mache mich frisch. Ja. 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 Sie verschwinden mit der Kamera im schwach beleuchteten Zelt und schließen es hinter sich ab. Wir hören ihre Stimmen verstärkt. Du zitterst. Mir ist kalt. So wie du zitterst, wird das nichts. Mach das mal aus da. Gib mal her. Mach das aus. Ist es aus? Im Videobild sehen wir August und Julie im Zelt. Das Bild flackert. Julie scheint die Kamera zu nehmen und wegzustellen. Das Bild geht kurz weg und kommt wieder. Wir sehen was undefiniert Buntes. Irgendein Kleidungsstück im Nahaufnahme vielleicht. Wir müssen atmen. Atmest du? Hast du einen Angebeteten? Einen Angebeteten? Einen Freund. Du bist süß. Frag was anderes. Was ist? Hast du einen? Das Bild bewegt sich ruckartig. Plötzlich sind beide im Bild. Frag mich lieber, wie ich es mag. Wie magst du es denn? Im Handstand auf einem Pferd. Und wie mag er es? Also wenn du es lieber mit ihm machen willst, dann bist du hier falsch. Mit wem? Was weiß ich? Du fragst doch ständig nach irgend so einem Typen. Wollte ich eben mal hören. Aber du bist nicht eifersüchtig oder so. Nein. Weil da hört bei mir gleich alles auf. Das ist das Letzte. Was ich als Letztes bräuchte ist, in einem Zelt am Rande einer Klippe sitzen und mir eine Eifersuchtszene anhören. Du atmest zu flach. So wird das nie warm hier. Was ist? Wie? Was ist? Du zitterst immer noch. Es ist kalt. Komm her. August setzt sich näher an Julie heran. Du zitterst. Du auch. Halt mich fest. Glaubst du, das Ende der Welt kommt in der Nacht? Nee. Im Morgengrauen. Du kennst den Film also doch? Welchen Film? Denn sie wissen nicht, was sie tun. Nein. Da gibt es eine Szene, kurz vor dem Ende. Da fragt Plato, also der heißt so, der ist viel jünger als die beiden anderen, also wie ein wenig deren Kind, ja? Die sind ein wenig seine Eltern, das Liebespaar, und er fragt den Typen, der wird von James Dean gespielt, den fragt er, ob das Ende der Welt in der Nacht kommt. Ja und? Und James Dean sagt, nein, im Morgengrauen. Ist ein Genie der Typ. Das stand so im Drehbuch. Sag ich doch. Welcher Typ? Der Typ, der das Buch geschrieben hat. Vielleicht hat er das irgendwo geklaut, so wie du das eben von ihm geklaut hast. Ich hab das nicht geklaut. Du hast den Film gesehen? Ja. Und du weißt auch, wer Natalie Wood ist? Ja. Du hast nur so getan, als wüsstest du es nicht? Ja. Und ich hab dir das geglaubt? Vielleicht hast du auch nur so getan. Kann sein. Kann sein. Sie küssen sich kurz. Ja sag mal, aber dass wir das jetzt so durchziehen, mit nackt rummachen und so, das hast du dir aber nicht so vorgestellt, oder? Vorgestellt schon. Ja, aber tun müssen wir es nicht, oder? Nee, nicht unbedingt. Wir könnten es uns auch nur etwas genauer vorstellen. Ja, das könnten wir. Also ich würde jetzt eigentlich als nächstes vermutlich unter die Jacke wollen. Und ich würde meine Hand dahin tun. So auf die Innenseite von deinem Oberschenkel. Du würdest also ziemlich rangehen gleich. Ja. Das würde mich ziemlich irritieren. Irritieren? Ja, oder wie sagt man? Weiß nicht. Sag ich nie sowas. Erregen? Ja, wenn ich meine Hand dahin tue? Ja, schon. Ich würde also vermutlich mit meiner Hand, mit der ich mich nicht aufstütze, mit der würde ich deine Haare berühren und dann deinen Hals. Ich würde dann mit meiner Hand so hin und her machen, vermutlich. Und dann würde ich schon versuchen, mit der Hand so in Richtung Büstenhalter weiterzukommen, ohne dass es auffällt groß. Wie denn? Naja, so an der Seite entlang. Da würde dann mein Handgelenk vermutlich deine Bruststreifen beim Runterfahren. Ja, vermutlich. Ich würde vermutlich in dem Moment von deinem Oberschenkel ablassen und dir mit der Hand ans Gesicht fassen, um dich zu streicheln. Das würde mich vermutlich ermutigen. Ich würde dann etwas um deine Hüfte herum mit der Hand und dich am Rücken berühren. Da würde ich dich dann am Hals küssen. Und ich würde nichts sagen die ganze Zeit, aber zittern würde ich auch. Ja, ich auch. Ich wäre total aufgeregt, weil jetzt tun wir es dann gleich. Ich würde riechen, wie du riechst. Und dann müsste ich dich wieder anschauen. Und ich würde denken, dass du verdammt gut ausschaust. Nein. Moment. Das denke ich. Das würde ich denken. August kommt aus dem Zelt, während auf dem Videobild noch immer die beiden im Zelt zu sehen sind. August spricht zu sich und zum Publikum hin. Ich würde denken, was macht die mit mir in diesem Zelt, diese Superkatze? Sie ist so schön und irgendwie auch sonst klasse. Und ich bin doch nur ich. Die ist merkwürdig, dass sie mit mir rummacht. Vielleicht ist sie verrückt. Also ich wäre plötzlich ganz nah dran, allen Respekt zu verlieren. Das ist irgendein abgefahrener Irrtum. Da ist irgendein Haken. Eine Verwechslung. Sie glaubt, ich sei nicht ich. Was ich aber bin. Das darf ich dir nicht sagen. Sonst geht mir die Nummer noch flöten. Julie kommt aus dem Zelt raus, während das Bild hinten weiterläuft, als wäre nichts. Sie stellt sich neben August hin. Auch sie blickt im Folgenden ins Publikum. Ich muss jetzt ganz behutsam so tun, als wäre das ganz natürlich, dass sich eine Frau wie sie für mich interessiert, in einem Zelt, als würde mir das immer mal wieder passieren. Und während ich mir das so sage, fahre ich dir mit der Hand über die Brust und küsse dich so. Ungefähr wie das irgendein Macker in einem Film macht, weil ich möglichst cool wirken muss gerade. Und weil mir nicht einfällt, wie das ist, wenn man sich so in einer Situation natürlich verhält. Also vermutlich fährt man mit Händen über Brüste und so. Ja. Ja. Und ich würde dich also küssen, ganz lange und kunstvoll, und würde mir sagen, die hat weiche Lippen. Und ich würde hoffen, dass der Kuss nicht vorbeigeht und alles, was ich bisher war, würde anfangen in mir zu bröckeln und zu zerfallen und das gäbe immer mehr Platz für dich, in mir. Und ich würde dich nicht reinlassen wollen, noch nicht, weil ich mich schäme für die Unordnung, die in mir ist. Da ist noch so viel Unklares, aber der Kuss würde immer länger dauern und ich würde eigentlich teilweise schon nicht mehr wissen, wer ich bin. Sozusagen. So fest würde ich rummachen mit der Zunge, dass ich einen Moment lang glaube, dass es gut ist, dass es vorbei ist und dass wir überleben werden, weißt du? Alles überleben. Etwas am Videobelt hinter ihnen scheint nicht mehr mit der Realität in einem Zelt überein zu stimmen. Die Bilder, welche Julie hervorruft, verwirklichen sich allmählich vor unseren Augen. Im Folgenden entsteht eine Art Dialog zwischen Leinwand und Bühne, die beiden Räume scheinen ineinander zu fließen. Dass das Sterben aufgehört hat und dass wir an einem Ort sind, der uns gehört. Zu Hause, unter der Decke. Und dass es möglich ist, zu Hause zu sein und das Sterben ist vorbei. Und wir können rausgehen und draußen ist alles normal und das Sterben ist vorbei. Verstehst du? Es strebt nichts mehr dem Tod entgegen. Alles ist nur noch. Und in Gedanken würde ich rausgehen auf die Straße und der Kuss würde so lange dauern, bis ich auf der Straße wäre und es wäre Nacht. Und ich würde dich mitnehmen und durch die Straßen laufen und wir würden ein Taxi anhalten und einsteigen. Und dann würde ich mich wieder an deinem Oberschenkel festhalten, weil sich der so fest anfühlt. Und auch sonst wäre natürlich inzwischen einiges los. Schau, die Lichter. Die Lichter der Stadt. Lichter rasen vorbei. Ja. Wir würden uns am liebsten im Taxi lieben, in der Öffentlichkeit, weil wir uns da kennengelernt haben. Damals. Ja, aber diesmal nicht. Ich würde beginnen, dich auszuziehen. Und ich würde dir dabei helfen, damit es schneller geht. Und ich würde wie blöd an deinem Hemd rumzerren, damit das auch weg geht. Und dann würden wir so da liegen nebeneinander und ich würde selbstverständlich sagen, mir ist kalt. Und ich würde mich auf dich legen, so halbseitlich und deine Haut wäre tatsächlich ganz kalt und meine auch, aber zusammen wäre es dann doch warm irgendwie. Und ich würde dich noch mehr küssen und meine Hand, die eine freie Hand, weil die andere wäre unter dir eingeklemmt, aber ich würde so tun, als macht das nichts. Also mit der anderen Hand würde ich an deinem Oberschenkel rummachen, so wie du bei mir, weil ich wüsste, das mag sie. Das hat sie bei mir auch gemacht und es war gut. Und ich würde ganz langsam die Beine auseinander machen, damit du weißt, dass das okay ist, wenn du mit der Hand noch ein wenig höher gehst, weil so lange kennen wir uns ja noch nicht. Ja, und ich würde mit der Hand höher gehen, aber durch die Jeans ist das Gefühl irgendwie nicht, deshalb würde ich oben einfach weiter küssen wie wild, bis ich unten die Hose aufkriegen täte. Und ich würde mich von dir wegdrehen, um mich ganz auszuziehen, und ich würde mich ganz ausziehen, und du würdest mich umarmen, und wir würden uns wärmen. Wir würden wie zwei kleine Kaffeelöffel da liegen und uns festhalten, und ich würde die Zeltplane anschauen, und die Zeltplane würde wehen, und wir wären in der Wüste, zwei Beduinen, und ich würde deine Brust an meinem Rücken spüren. Hast du Haare? Wie? Auf der Brust? Nee. Gut. Ich würde dich halten, und würde mit der Hüfte hin und her machen, und auch versuchen, mich zu halten bei der ganzen Aufregung. Und irgendwann würde ich nachgeben der ganzen Lust, die sich da breit macht, und ich würde hochgehen auf alle Viere und schreien, nimm mich, los, nimm mich, nimm mich! Im Ernst? Warum nicht? Naja, und ich würde mir sagen, die ist ja voll abgefahren, die Katze, und ich würde, also ich würde es tun. Wie denn? Ich würde eben dich, ich würde, naja. Du würdest mich an den Hüften halten? Ja, mit der einen Hand, mit der anderen würde ich deinen Rücken rauf und runter fahren. Und ich würde dich suchen, ich würde meinen Hintern an dich pressen, und ich würde fühlen, wie du in mich eindrinkst. Und ich würde dich suchen, ich würde meinen Hintern an dich pressen, und ich würde fühlen, wie du in mich eindrinkst. Erst langsam und dann immer heftiger. Und mein Atem würde mit jedem Stoß schneller werden. Ich würde dich lieben. Du meinst ficken. Wir würden uns an Zieren aus dem Schädel ficken. Nein, ich würde dich lieben. Du meinst, irgendwie langweilig ficken. Nein. Du meinst, du wärst verliebt dann? Ja. Mit allem drum und dran, und würdest mir Kose-Worte sagen? Ja. Wie würdest du mich nennen? Frosch? Frosch. Ja, weiß nicht. Nee, Katze, vermutlich. Katze, ja? Du hast's mit Tieren, oder? Oder Baby eben. Klar, oder Babys. Was denn? Ich bin glücklich. Ich auch. Morgen werden wir sterben. Ja. Ich bin so glücklich. Ich auch. Los, komm. Julie nimmt August bei der Hand. Sie verschwinden wieder im Zelt. Mach mal Musik. Mach mal Musik da. Was war das, was du mir vorspielen wolltest eben? Was war das, was du mir vorspielen wolltest? Zeig her. Julie lässt die CD laufen. Nee, weiter. Weiter vor. Die vierte. Da. Death of an Angel von Kingsman. Die Orgel. Super. Die waren völlig hinüber. Hörst du? Ist historische Musik, das? Das ist Trash. Die nannten das Trash. Die waren Punks. 20 Jahre vor den Punks. Echte Punks. Ich meine, die Punks, die haben das denen nachgemacht. Die ganze No-Future-Sache ist total fake. Echt. Ich meine, vielleicht ist Trash auch fake. Aber das ist egal. Hör mal. Das Stück ist perfekt. Da hatten die eine Erleuchtung. Total. Die haben ein Nordlicht gesehen. Und dann, als es weg war, hatten sie den Song My Baby's Gone and Left Me Here to Stay. Interessant. Szenenwechsel. Gleiches Bild wie zuvor. Morgengrauen. August kriecht aus dem Zelt. Er hat die Kamera dabei und geht auf den Abgrund zu. Er bleibt stehen. Dann filmt er das Panorama, macht dann einen langsamen Schwenk in den Abgrund. Schließlich zoomt er hinunter. Dann macht er die Kamera aus. Julie kommt aus dem Zelt und bleibt neben August stehen. Sie wirkt etwas übernächtigt und ist angezogen, als ging's zu einer Party. Sie trägt ein elegantes Kleid und Schuhe mit hohen Absätzen. Ist irgendwie ein schwarzer Tag heute. Heute Morgen, beim Dahindösen, da habe ich geträumt, dass ich mich am Rande des Ursprungs befinde. Dass ich am Abgrund stehe. Da, wo alles angefangen hat. Und dass ich bei der Erschaffung des Chaos zuschaue. Los. Bringen wir es zu Ende. Du zuerst. August macht ein paar Schritte vom Abgrund weg und richtet die Kamera auf Julie. Warte, bist du schon auf Aufnahme? Ja. Nee, warte, mach das nochmal weg. August spürt zurück. Okay. Hallo Mutter, hallo Vater. Scheiße, das war nichts, mach das nochmal weg. Okay. Kamera läuft. Bereit? Hallo Mutter, hallo Vater, hallo Oma, hallo Rune. Wie ihr seht, bin ich ja an diesem Ort, wo... Was denn? Willst du das bereit mit drauf haben? Natürlich nicht. Dann nochmal, warte. Du fängst erst an, nachdem ich okay sage, okay? Okay. Hallo Mutter, hallo Vater, hallo Oma, hallo Rune. Ja, wie ihr seht, bin ich ja an diesem Ort, wo wir mal zusammen waren, als ich noch klein war. Und du, Vater, hast mich da an den Füßen festgehalten, damit ich runterschauen konnte. In den Abgrund, weil du Angst hattest, dass ich runterfalle. Was denn? Mach mal aus. Was denn? Nichts. Warte, zeig mal, wie sieht das aus? Das Ganze? Nein, nur der Schluss. August spurt zurück. Auf dem Bildschirm sehen wir Julie sagen, Vater, hast mich da an den Füßen gehalten, damit ich runterschauen konnte, weil du Angst hattest, dass ich runterfalle. Das ist irgendwie scheiße. Ich weiß nicht, ich fand den Take ganz gut. Ist doch völlig pathetisch, nein? Weiß nicht. Ist ja auch was Besonderes hier. Mach mal weiter, wir können ja noch eine zweite Version machen. Okay, kannst du da weitermachen? Nach Runterfalle? Ja, warte. Okay. Ich sag okay. 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 Ich bin heute hier, weil ich das nachholen will. Ich werde heute da runtersprengen. Das heißt, ich bin eigentlich tot schon. Sie versucht das Lachen zu verbergen. In diesem Moment, wo ich das zu euch sage, bin ich tot. Sie lacht. Ist eine irre Vorstellung, das könnt ihr mir glauben. Sie lacht immer mehr. Aber das wisst ihr ja bereits, weil ihr sonst dieses Video... Also, scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich mach mal aus, ja? Nein, warum? Ich dachte mit dem Lachen... Das war vielleicht gut, gerade. Irgendwie tröstlich vielleicht. Das sind vielleicht gerade so Momente. Aber es war ein wenig ihr vielleicht, nicht? Ihr? Ein wenig. Macht nichts. Mach du mal weiter. Dann musst du aber noch ein wenig lachen. Jetzt wegen der Kontinuität. Was? Für eine Kontinuität? Die Fortsetzung. Das ist doch ein Schnitt. Ja, aber nach diesem Schnitt kommt doch die Fortsetzung. Also, es geht da weiter, wo wir aufgehört haben. Nein, es geht ein wenig weiter, weiter. Deshalb lache ich jetzt nicht mehr. Du darfst nicht unterbrechen, okay? Nur ich darf unterbrechen, okay? Okay. Okay. Kamera läuft. Nachher kommt nichts mehr. Nachher kommt nichts mehr. Nachher ist Schluss. Nach dem Anfang kommt nichts mehr. Hörst du mich? Stell das Ding ab. Was denn? Das war doch super gerade. Diese Stille. Du solltest mehr Pausen machen. Die kommen super. Kamera aus. Es kommt nicht. Kamera läuft. Nach okay kommt nicht. Kamera läuft. Nach okay komme ich. Habe ich was gesagt? Ja, du hast gesagt. Kamera läuft. Aber das sehen ja alle, dass sie läuft. Sonst würden sie dich nicht sagen hören. Kamera läuft. Sei doch nicht so pingelig. Ich bring mich hier nicht alle Tage um, verdammt. Ich will, dass das gut kommt. Okay. Okay. Kamera läuft. Wir unterbrechen kurz für eine Werbung. Shop till you drop, motherfuckers. Ja, und da sind wir wieder. Live mit dabei, wie sich zwei junge, unschuldige, mittelständische Menschen europäischer Bauart eigenmächtig aus dem ihnen anvertrauten Leben werfen. Okay. Komm. Los. Okay. Was denn? Ich habe okay gesagt. Also sollte jetzt die Kamera laufen. Die läuft doch schon lange. Die läuft schon lange. Also. Ich möchte nicht, dass es so aussieht, als ob ich nicht weiß, was ich tue. Das weiß ich sehr wohl. Ich habe auch jemanden dabei, der das bezeugen kann. Der dahinter der Kamera, das ist August. Und er ist mein bester Freund. Ich liebe ihn. Ganz fest. Zeig dich mal. August hält sich kurz die Kamera ins Gesicht und grinst. Ja, Rune, das ist August. Du denkst jetzt sicher, typisch Verlierer. Aber er ist ein großer Erfolg, Verlierer sein zu können. Denk mal drüber nach. Er ist ein großer Erfolg, einer sein zu können. Und Orgis ist ein super Verlierer. Lach nicht. Und ich liebe ihn dafür. Ich möchte nicht, dass ihm was zustößt. Deshalb werden wir zusammenspringen. Wir werden uns an den Händen halten und wir werden uns nicht loslassen, bis wir unten sind. Warte mal. Kamera aus. Was? Ich weiß nicht. Wäre es nicht besser, wir halten uns da gegenseitig etwas raus? Wie? Naja, ich weiß nicht. Der Rune, ich kenne ihn nicht. Und ich weiß nicht, ob ich dem was hinterlassen will. Von wegen, ich sei ein Verlierer und so. Ich weiß nicht. Das ist doch nur so zwischen ihm und mir. Ich sag doch nicht, du seist ein Verlierer im Allgemeinen. Das ist nur zwischen Rune und mir. Wir könnten ja getrennte Kassetten machen. Ja, aber das ist doch egal. Ich meine, ich hab ja eigentlich nichts damit zu tun, dass du dich umbringst. Also inhaltlich gesehen. Ich will das jetzt mal fertig sagen hier. Gut, aber dann machst du noch eine Version ohne mich, okay? Wenn du willst. Also, okay, wo war ich? Wir werden uns nicht loslassen, bis wir unten sind. Ja. Ja eben. Was redest du da? Eine Version ohne dich. Es gibt keine Version ohne dich. Los, wir machen da weiter. Also okay. Kamera an. Ja, das war schon immer mein Traum, müsst ihr wissen. Ich wollte immer schon mit meinen Lieben sterben. Gleichzeitig. Damit ich das nicht erleben muss, wenn einer geht. Also ich hab mir immer nur vorstellen können, mit euch allen zusammen zu sterben. Beim Picknicken. Alle zusammen. Familie von einem Meteoriten erschlagen. Der Krater hatte die Größe eines Fußballstadions. Dass einer von uns vor den anderen stirbt, das hab ich mir nie vorstellen können. Ja, jetzt geh ich schon mal vor. Das tut mir leid. Es ist nämlich so. Als du, Papa, als du mich damals gehalten hast an den Füßen, das war ein gutes Gefühl. Ich hab von euch immer ein gutes Gefühl gekriegt, wenn ich's gebraucht hab. Ihr wart so gute Eltern, das gibt's gar nicht. Weil ihr habt mich eigentlich immer an den Füßen gehalten, ihr, meine Freunde und meine Kollegen. Ich konnte in alle Abgründe der Welt schauen und ich brauchte mich nicht zu fürchten, weil ihr da wart. Und dafür danke ich euch, weil ich hatte ein wunderbares Leben. Danke euch allen. Ich hab alles gesehen, ich hab die ganze Welt in mich hineingefressen. Und ich hab alles gekriegt, was es gibt. Ich hab alles, was ich wollte. Alles hab ich immer gekriegt. Es gab nichts Unerreichbares. Ich war überall und den Rest hab ich in Filmen gesehen. Ich war auf Feuerland, bei den Eingeborenen und hab die Sonne aufgehen sehen. Ich hab Big Macs gegessen und bei Prada eingekauft und umgekehrt. Ich wurde geliebt, ich war begehrt. Ich kann Segeln und Golf spielen. Ich war in der 1A in Informatik. Ich hab PC-Spiele entwickelt. Geld gemacht. Ich hab alles getan, was Spaß macht. Ich hab ein Tattoo. Da. Ich hab alle Rauschmittel der Welt getestet, ohne kaputt zu gehen. Und mit Jungs rumgemacht, mit Brad Pitt hab ich ne Nacht verbracht. Das hat zwar nicht besonders Spaß gemacht, aber interessant war's, aus soziologischer Sicht. Das war damals, als du mich alleine nach New York hast fliegen lassen, Rune. Der Junge war im selben Flieger, tut mir leid. Ich hatte die große Liebe mit dir, Rune, und ich liebe dich immer noch, auch wenn du ein Gewinner geworden bist. Pass auf dich auf, ja, jedem seine Zeit. Kurz, ihr habt mir die Welt serviert. Ich hab von allem gehabt, und ich hab auch alles wieder ausgespuckt, kaum hatte ich es im Mund. Weil das eine die Möglichkeit des nächsten nie aufwiegen kann. Mein Leben, also meine Vergangenheit, die besteht hauptsächlich aus einer Zukunft, aus der nichts geworden ist. Ich hab ganz lange das eine nicht verstanden. Ich hab ganz lange nicht verstanden, dass es nur einen Weg gibt, um alles zu haben. Nach nichts verlangen. Es gibt nur eine Art, alles zu haben. Nach nichts verlangen. Und ich glaube, ich hab jetzt keinen Hunger mehr. Ich hab gehabt, und mich verlangt nach nichts. Ich will nichts, so wie ich noch nie was wollte. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Jedenfalls keiner von euch kann mir nichts geben, und das kann mir keiner geben, außer ich. Ja, eine Sache will ich noch. Ich will einen schönen Tod. Und ich wollte euch allen auf Wiedersehen sagen, und euch ganz festhalten und trösten und sagen, dass alles gut wird, und weil ich euch doch, weil ich euch doch, weil ich, weil ich, mach mal aus da. Kamera aus. Ich bin eigentlich ein totaler Idiot, fällt mir auf. Warum? Ich rede hier nur von mir. Naja, ist ja auch das letzte Mal. Und Stumpfsinn auch noch, das geht nicht. Das kann ich nicht machen, sowas. Du noch mal eine neue Kassette rein. August legt eine neue Kassette ein. Ich finde doch. Das war nicht schlecht. Ich verstehe dich jedenfalls viel besser jetzt. Dass du dich umbringen willst und alles. Verstehe ich. Im Ernst. Das war doch völliger Stuss, dass ich alles schon hatte und so. Dass mich die ganze Welt an den Beinen gehalten hat, damit ich in Abgründe schaue. So ein Scheiß. Totaler Schwachsinn ist das. Propaganda. Ja, aber alles in allem. Nochmal. August filmt Julie. Hallo Leute, da bin ich nochmal. Ja. Nicht um euch irgendwelche Vorwürfe zu machen hier. Das tut nur jemand, der noch am Leben hängt. Wollte bloß Tschüss sagen. Ja. Und macht euch nichts draus, weil, wenn ich früher schon erkannt hätte, dass ich genauso viele Schwächen und Fehler habe wie ihr, ich hätte mich auf der Stelle umgebracht. Ja? So gesehen hat es ja noch ganz lange gedauert. Ja, also. Ich habe ausgemacht. Ich bin fertig. Ja, ich wusste nicht, das war so kurz. Es war scheiße, mach du. August reicht Julie die Kamera. Also warte, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege so kurz. Ich bin bereit. Also los. Kamera läuft. Hallo, ihr Lieben. Da bin ich nochmal. Ich, also. Ich wollte immer ein Teil sein von irgendwas. Vom Leben. Von einer Geschichte. Aber gleichzeitig. Scheiße. Entschuldigt. Ja. Seit ich denken kann, gibt es nichts, was ich hätte verursachen wollen. Ja. Ich habe nie das Bedürfnis verspürt, für irgendwas auf dieser Welt die Ursache gewesen zu sein. Vielleicht gibt es irgendein Wort, das ich gerne gesagt hätte, aber im Moment sehe ich nicht, welches. Doch, Feigling. Ich bin ein Feigling, vermutlich. Mein einziger Mut bestand bis heute darin, dass ich mich nicht umgebracht habe. Ich habe immer in der Angst gelebt, vom Unglück überrascht zu werden. Das hat mir meine Zeit ziemlich vergiftet. Ja. Deshalb komme ich heute meinem Schicksal zuvor und stürze mich darunter. Ins Unglück, bevor es mich trifft. Ja, also. Macht euch nichts draus, gell? Ist vielleicht ein Glück, das Unglück. Ach ja. Und vergesst nicht, den Fisch zu füttern. Ja. Tschö. Kamera aus. Du hast deinen Fisch? Ja. Ich wollte ihn eigentlich mitnehmen. Aber dann dachte ich wegen dem Flieger. Und dann. Es ist ein Salzwasserfisch. Das da unten ist Salzwasser. Im Ernst? Das ist ein Fjord. Ja, scheiße dann. Hoffentlich füttern die den. Zeig mal her. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Du musst dir vorstellen, du bist deine Eltern und schaust dir das an. Orgis nimmt die Kamera und spult zurück. Wir sehen und hören das aufgezeichnete nochmals. Die beiden schauen gebannt auf den kleinen Kontrollmonitor an der Kamera. Ich hätte mich auf der Stelle umgebracht, ja? So gesehen hat es ja doch noch ganz lang gedauert, ja? Also, und tschüss. Orgis... Hallo, ihr Lieben, da bin ich nochmal. Ich als... Ich wollte immer ein Teil sein von irgendwas. Vom Leben. Von einer Geschichte. Aber... Orgis macht das aus. Irgendwie nicht. Klingt irgendwie super fake. Das kann ich nicht machen. Ich meine, ich lebe nicht ein Leben lang auf so eine Lüge hin. Das ist einfach nicht möglich, hier sowas liegen zu lassen. Sowas Fake ist. Dann müssen wir nochmal drüber. Ich stehe da wie hypnotisiert. Ich rede ja nur. Ich weiß nicht. Naja, das auch. Aber ich sehe auch noch so aus dazu. Das ist normal. Wie? Naja, so gleich nach dem Aufstehen. Es ist einfach zu depressiv. Ich sehe aus wie irgendein Sektenanhänger. Das möchte ich vermeiden. Dass die meinen, ich war nicht bei Sinnen oder so. Sag mal, das ist doch Quatsch mit dem Feigling. Naja. Warum erzählst du sowas? Um die zu trösten. Ich dachte, wenn ein Feigling sich umlegt, dann hat das was Tröstliches. Willst du denen denn nicht die Wahrheit sagen? Anstatt irgendwas zu faken? Ich meine, das wäre doch jetzt der Moment. Außerdem möchte ich nicht mit einem Feigling gesprungen sein. Ja, ja. Das war scheiße. Kamera läuft. Julie macht auch super casual. Hallo Leute. Ich hab genug. Dann versteht ihr nicht. Deshalb quassel ich jetzt nicht lange rum. Tschüss. Kamera aus. Das hatte was. So in der Kürze? Nochmal. Kamera läuft. Hallo Mutter. Vater. Zu dir komm ich später noch. Nein. Das ist kein Anfang. Warte, warte. Lass laufen. Liebe Mutti. Lieber Papa. Ich bin hier mit August. August ist mein bester Freund. Wir lieben uns. Fuck. Echt? Fuck? Ich schaff's nicht. Komm, mach du mal. Julie übernimmt die Kamera. Ja, warte. Also, okay. Hallo. Es tut mir leid, dass ich euch das angetan hab. Aber ich hab nicht wirklich an euch gedacht bei dem Ganzen. Ihr wart mir in dem Moment, der jetzt gleich kommen wird. Vollkommen egal. Das ist die Wahrheit. Was weiß ich, ob die mir egal sind in dem Moment, der da kommen wird. Warte. Nochmal. Okay? Hallo. Ihr habt keine Ahnung, wie es ist, ich zu sein. Ich sag euch, es ist scheiße. Ich krieg nicht mal ein richtiges Abschiedswort hingebogen hier. Es ist zum Verzweifeln. Und deshalb geh ich jetzt. Tschö. Kamera aus. Aber nicht im Ernst, das? Ist doch wahr, wenigstens. Ich weiß nicht. Moment. Jetzt hab ich's. Okay. Liebe Mutter, lieber Vater, lieber Bruder und lieber Rest der Welt. Alles in allem, kühl erwogen, ist es unmöglich, nicht den Verstand zu verlieren. Bis bald. Kamera aus. Ich weiß nicht. Wir sollten vielleicht einfach die Kamera da hinlegen und uns da vorne hinstellen, kurz was sagen und dann gehen. Ja. Julie stellt die Kamera hin und stellt auf Aufnahme. Sie stellen sich beide davor und halten sich an den Händen. Ich liebe euch. Ich auch. Sie gehen, Hände haltend, auf den Abgrund zu. Kurz vor der Kante. Das ist pathetisch. Irgendwie, ja. Außerdem ist das ganze Zeug von vorher auch drauf. Ja. August macht die Kamera wieder aus. Vielleicht wär ein wenig Musik was. Musik? Ich weiß nicht. Zum Untermalen. Im Hintergrund? Warte, ich hab was mit. Das hat mich immer getröstet, wenn ich traurig war. Julie holt den Ghetto-Blaster aus dem Zelt. Das Ding ist, ich hab gar nicht alles gehabt. Das ist das Ding. Ich weiß nicht. Ich glaub mir kein Wort mehr irgendwie. Das Nordlicht heute Nacht. Ich hatte noch nie ein Nordlicht gesehen. Scheiße. Ich meine, wir wären gestern gesprungen. Wir hätten's voll verpasst, das blöde Licht. Gar nichts hab ich gesehen. Da, warte. Da, die sechs. Bereit? Ja. Okay, lass laufen. Kamera läuft. Julie tut eine CD rein und lässt sie laufen. Egg Radio von Bill Frizzell. Sie will was sagen, schaut lange in die Kamera. Schließlich weint sie nur. Das Lied spielt weiter. Julie spielt den Ghetto-Blaster ab. Tut mir leid. Willst du nochmal? Nein. Ich glaube, ich bin unfähig. Das kann doch nicht so schwierig sein, sich zu verabschieden. Lass mich mal versuchen. Er gibt Julie die Kamera. Wenn der Tod etwas Furchtbares ist, und das ist er vielleicht, wie kommt es, dass wir nach einiger Zeit jeden unserer Freunde für glücklich achten, der aufgehört hat, zu leben? Leben ist für mich ein Problem, das ich jeden Tag von Neuem lösen muss. Wenn ich meinen tiefsten Instinkten folgen würde, ich würde von morgens bis abends um Hilfe schreien. Alle meine Widersprüche kommen daher, dass es unmöglich ist, das Leben mehr zu lieben, als ich es liebe, und gleichzeitig und fast ununterbrochen ein Gefühl von Ausgestoßensein und Verlassenheit zu haben. Ich lebe seit Jahren unter mir und bin unglücklich. Aber heute, heute bin ich glücklich. Vielleicht liegt das wahre Glück nur in der Erkenntnis, sich selbst nicht mehr zu brauchen. Kamera aus. Julie ist begeistert. Amen! Das war genial! Scheiße! Du bist ein Poet. Woher nimmst du sowas? August holt ein Buch aus dem Zelt hervor. Das klang so echt. Ich war ganz gerührt. Nee, war geklaut. Ist doch egal, oder? Ich weiß nicht. Das können wir so stehen lassen. Du meinst, das war's? Ja, nein. Nein, das war geklaut. Das zählt nicht. Ich will was eigenes sagen. Okay, aber du musst so tun wie eben. So nachdenklich. Das kommt super. Ich muss irgendwie tun? Ja, das war total glaubwürdig. Glaub's mir. Du meinst, ich muss was faken? Sieht so aus. Damit es glaubwürdig ist. So sieht's aus von hier aus. Echt? Sag ich doch. Ich muss faken. Wenn das eben fake war, ja, dann ja. Das war fake. Ich hab total gefaked. Sah aber echt aus. Aber wenn das... Das war fake. Na und? Fake muss offenbar nicht immer fake sein. Fake kann total echt sein. Manchmal. Fake kann echt sein? Ja. Fake ist nur, was nichts ist. Das ist fake. Das sagst du. Das sag ich. Fake ist nur, was nichts ist. Ja. Aber nichts ist doch ganz nichts. Ja. Also ist nichts fake. Ja. Also wäre das alles ernst zu nehmen hier, plötzlich. So sieht's aus. Lacht. Du machst Witze. Nein. Jetzt gerade nicht. Jetzt gerade nicht. Das alles ist ernst zu nehmen hier. Du zitterst. Ja, ich hab Angst. Weswegen denn? Wegen der Zukunft. Welche Zukunft? Meine Zukunft? Ich weiß nicht. Meine Zukunft hat mir bisher nie Angst gemacht, weil ich wusste, ich kann mich umbringen jederzeit. Verstehst du aber jetzt? Aber jetzt? Ich bin mir plötzlich nicht mehr sicher, dass ich mich noch umbringen kann. Verstehst du? Los. Okay. Kamera läuft. Hallo Leute. Ich bin hier in Norwegen heute. Ich hab euch gesagt, dass ich zu Mats Wohnen gehe übers Wochenende. Aber das war gelogen. Ihr hättet mich nicht gehen lassen sollen. Also hab ich euch voll was vorgelogen. Julie hier hat mir den Flug bezahlt. Ja. Und es hat sich gelohnt. Ich meine, wir springen jetzt gleich hier runter. Ich meine, das ist, warum wir hier sind. Um zu gehen. Aber es hat sich auch sonst echt gelohnt. Weil die kurze Zeit hier, die war richtig gut. Gut. Ich meine, ich hab mich hier richtig lebendig gefühlt. Eigentlich. Also eigentlich zum ersten Mal vielleicht. Gestern Nacht haben wir ein Nordlicht gesehen. Wir haben es gefilmt. Ihr könnt es euch anschauen. Es war ein wunderschönes, riesiges Licht. Es hat fast den ganzen Himmel bedeckt. Und ich hab an euch gedacht. Auch, warum ihr dieses Licht nicht sehen könnt zu Hause. Weil es doch so groß ist. Das Ding ist, auf dem Video sieht es viel kleiner aus. Und dunkler. Sieht irgendwie aus, wie durch den Nebel durch. Man muss das echt erlebt haben. Ich kann euch das nur empfehlen. Julie hier hatte auch noch nie eins gesehen. Wir standen da wie die Iren. Ja. Das solltet ihr mal sehen. Aber es soll sehr selten sein, sagt Julie. Ja. Ja, und Julie ist ein Freund. Julie. Ich. Sie. Ist. Also ich bin eigentlich. Ja. Also ich wollte eigentlich. Ich wollte euch eigentlich sagen, warum ich das tue. Was ich gleich tun werde. Aber ehrlich gesagt, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Tut mir leid. Kamera aus. Weißt du es? Nee. Ja dann. Ja. Warte mal. August packt die Kassette alle zusammen in eine Tasche und geht damit zum Abgrund. Julie steht neben ihm. Sie schauen sich an. August schmeißt die Tasche runter. Sie schauen ihr nach. Ist hängen geblieben. Es könnte sein, dass wir soeben von einem Glück getroffen wurden, von dem wir uns nicht mehr so schnell erholen werden. Ich will weg hier. Ich auch. Beide ab. Wir wissen es schon. Ich habe den Gr paten.